willkommen zu battlefield 4 beta und bin natürlich nicht alleine der multisash ist wie immer am start und natürlich haben wir noch hier den hallo genau der haben wir auch schon mal zumindest ich bei battlefield 4 drei aufnahmen vier genau drei aufnahmen gesehen und wir wollen jetzt ein bisschen snipe an weil wir das alles so gut können und dann fliegen wir zum anderen doch ja ich bin schon drin gar nicht mehr oder so ja fliegen auf das runde große oder das werde ich jetzt machen ok ja dann steigst du aus die anderen kacken erstmal ab nö land schalten sollen sie weiter fliegen weiß ich land hinter die kleinen häuschen so war doch ein sanfter land wunderbar gute reise gute person ja cool ja immer sogar richtige schutz jetzt können wir das er steht auf dem g und warte na du ja auf was wartest du denn oh gott scheiße was war es jetzt ich weiß es ist das helikopter hinter uns ja ich probier es wir dürfen nicht sterben ich habe es nicht vor eigentlich es runder ist dann noch der zweite näher ist einer von uns ok ich habe mal ganz kurz angeht ich habe mal searing auf 200 gemacht und zu mal verdoppelt als leute jetzt ganz losgehen nix mehr von mir sicher sind 250 jetzt habe ich auch mal alles eingestellt trotzdem nicht nein weil es war zu hoch ich war irgendwie ohne searing besser muss ich sagen irgendwie trifft man irgendwie trifft er nicht ja ich auch nicht keine ahnung ist noch 200 meter immer mal 270 ja ich habe ihn war nice das ist der nächste mal einer habe ich morpheus 7 ich will auch mal ein bisschen kales hallo ja ich muss schon treffen ach komm schon der nervt uns jetzt die ganze zeit hier oben oder was markiert alle ja wo ist er denn nicht markiert er kommt angst der fliegt weg der raucht der raucht aber auch gut so rakete ist hinterher gewesen aber wie heikel jetzt 50 warum auch immer da ist einer bitte immer markieren ok ja ich drück dauerkuh weil ich weil ich so weil ich eh nix sehe ich brauche eh die markierung alter der muss weg der hat mich total gehört ja da schon aus dass ne albert selber deswegen ist schwierig ich sehe ich habe den einen ja in der bush ist noch einer den habe ich eigentlich gemeint ich bin aber das ist ein scheiß metall ding davor deswegen das habe ich jetzt eher gedrefft ähm ja das ist sicher ich muss irgendwo anders hin stehen habe ihn getroffen wo ist der ich sehe den gar nicht mehr er ist weg glaube ich weil ich ihn getroffen habe na das ist knapp daneben habe ich auch gedacht wieder Heli naja die springen runter gleich wahrscheinlich ja nicht auf den gunner drauf au 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 ja ein paar hits habe ich gemacht aber der kommt wieder ich habe keinen einzigen hit gelandet ja die lags sind natürlich immer noch mit dabei unsere besten freunde ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht ich auch nicht ist er hier bei uns oben ich glaube er ist tot ja das war das haus aber wo ist er hin und um das kreuz ich soll uns doch nicht die ganze zeit nerven aber echt wenn wir hier einen hohen snibern nein unser bestes sniber punkt na ne das müssen wir neu suchen aber oh man kann ja auch gell ja ich hoffe dass man es kann oh du rutschst gleich wieder runter ja du musst da mit ein bisschen gefühl dreinge ja ja nice und das haus ich lege gleich mal lieber hin zur sicherheit so da drüben sind da noch ein paar guck mal drei leute da drüben ist ähm keine ahnung ich habe kein 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 ich habe es markiert eigentlich echt bei dem anderen haus wo wir vorhin waren oder ah ne ja in die richtung auf jeden Fall achso da ok ich weiß wohl oh Gott ja das ist das habe ich vorhin gemeint ja oh neblick ich sehe nix du musst aufpassen auf das nebenhaus da kannst du mit dem Fahrstuhl hoch na ich meine wir können da sowieso mal werden abgeschossen ja ich weiß noch nicht was glaubst du da ein heli oder sicher ne ich glaube das war ein gegner weil auf dem miniweb sieht man ein gegner ja achso bräuch wird angeschossen glaub ich die sind unter uns die sind glaub ich unter uns kann das sein ach komm jetzt da hoch du assi fast runter gesprungen alter man sieht gar nix durch die nebel manchmal ist der nebel da manchmal nicht das ist ein bisschen ärger also ich glaube ich geh mal aufs nebelgebäude dann haben wir ein bisschen kreuzfeuer ja und wenn du das machen willst ja dann können wir das in den winkeln agieren ja ich probier's einfach mal ich geh jetzt erstmal runter mit dem ragefinder klappt das eigentlich so durchs ganz rauch zu sehen ja mit dem ragefinder woher sniper es denn auf uns kann man das mal irgendjemand sehen ähm von hinter uns sind einige markiert aber ich seh die nicht ja das war schon gegner glaub ich einfach mal aufs gebäude rumsteht einer ach der heli könnt ihr mal hier auf jemand anders gehen na ich bin tot aber er wurde markiert und ist glaub ich auch schon fast down ja hab ihn auch markiert aber unser heli rafft es wieder nicht ach mann wo fliegt denn der hin so jetzt feierabend junge komm schon go go schieß ihn ab ja nice leute ja schön ja er gibt auch immer so schön ich guck mal richtung b jetzt weil das wird auch hart umkämpft merke ich grad also wir sind schon wieder dominierende in dem team also immer vorrige runde ausschützt haben ja klar mir mal mit den snipern ja durchschnittlich 10 kills pro minute merkst du es nicht so was will ich mal köpfen ah ich hab schon noch gar kein gekillt bleib da stehen bleib da stehen nicht schieß daneben ja ich auch ach im raum ich sehe ich sehe da sind einige ich sehe da sind einige hehehe wir parkieren rein auf ihm ich weiß nicht 200 ist jetzt auch schon fast zu weit eingestellt glaub ich oooh was sniper denn auf mich irgendjemand will mich tot sehen kann das sein alter ich meine auch dass irgendwelche schüsse in eure richtung fliegen ja ich hab die gesehen siehst die kaum ich bin zu viel rauch sind die gegenüber oder was ja beim anderen wo wir vorhin auf dem gebäude waren ne die sind unten dort ich hab den gespottet in einen fein hab ich getetet denn wo gespottet isch ah tot nice alter und ich werd wieder getroffen man scheißdreck was sind denn die geh doch mal hier auf die nebenmänner und nicht immer nur auf mich was ist denn hier los ja und ich werd wieder gehittet hilfe ich weiß nicht was auf den schießt heli schon wieder ach komm ne der ist aber schnell wieder da he ein anderer das ist äh der ah ok ja alter hittet der böse ne der ist rausgesprungen der Weisen rausgesprungen ne natürlich ich hab keinen hinterher krieg ihn nicht ja und ich werd weggesnipert ach komm schon ahhhh komm die können uns nicht einmal in Ruhe lassen ne das ist unmöglich 30 Millionen helis kommen auf uns zu das ist doch scheiße ey die sind aufm anderem Haus so den hab ich ey wo bist denn du lol ja auf dem halt bin ich schon die ganze Zeit ah lol ich hab mein du bist auf dem anderem wo der Fahrstuhlhof wird ja wohl ich auch aber ich kann ja nicht so weit fliegen oder springen ich geh mal auf den drauf deswegen hab ich halt das ist sicher dasselbe Gebäude das ist nur halt so ein Balkonbereich oder weiß ich was ist eigentlich ganz gut kannst du ja gut runterballern ja ich ball auf unser Haus hoch ich glaub da wollen wir dich rein das ist einer ist weg ja die Position ist auch nicht schlecht eine Sniper vom Vorher da hab ich mich gar nicht gerät ich sag mal so wenn man wenn drei Leute Snipern spielen dann ist es nicht schlecht wenn du dich ein bissl aufteilst glaub ich dann kannst du so ein bissl aus verschiedenen Winkeln schießen und die können nicht zentriert auf eine Richtung gucken weißt dann wissen sie selber nicht wohin sie zielen sollen da ist einer ich bin tot ähm ähm ein Squad Wipe Ribbon ist das wenn ich einen kompletten Squad wegschieß oder was ja ok cool wahrscheinlich war er alleine im Squad anders kann ich mir das jetzt nicht erklären na so denk ich auch immer ähm wo sind denn die Gegner hier noch ich muss mal mein Mikro weiter weg stellen irgendwie ich knutsche schon halber weg so ja lecker Mikro oh da kann man einen boah da drüben ist doch was da war doch grad was oder hit wir stehen jetzt wieder auf einen Ziel ja das ist aber auch besser wenn jetzt zum Beispiel Gegner kommen oder sowas ja das schon aber wenn wir halt direkt nebeneinander stehen dann muss der Gegner ja nur ungefähr auf uns schießen ja wir stehen ja nicht hintereinander wir stehen ja schon voneinander weg also ja klar so ist es ja nicht ja der bewegt sich und dann wenns neblig ist dann würde ich da gar nicht erst hinschießen ehrlich gesagt ich hab einen getroffen bei der Bewegung ich bin voll stolz auf mich gewesen ja aber will wär besser ah scheiße das kann ich keinem zeigen was ich immer auf C wieder einer alter der Hummel gemarscht glaub schon wie lange er ah jetzt weg roll der hat geflogen der hat geflogen oder so ne ist geflogen natürlich guck mal wieder auf D D sieht aber clean aus glaub ich jetzt da ist einer markiert aber irgendwie finde man den nicht da ist jemand mit dem Helikopter glaub der hat schon Wasser die sind beim Dach auf dem Dach dort alles von uns ok haben ihn getroffen im Wasser der ist getaucht glaub ich ja ich hab ihn trotzdem getroffen also er ist tot achso er ist tot ach so getroffen ok ja auf welchem Haus sind die drauf der geht jetzt auf den Domination da ist einer drauf gegangen ok ich komme ja der will das jetzt oben auf den Kreis ja den meine ich ah fuck ich muss der läuft im Kreis verdammt ich muss wieder auf Null stellen sonst strebe ich den nicht ey den drisch auch nicht da geht echt im richtigen ne ne da geht im richtigen Zeitpunkt immer weg mir würds reichen wenn ich zwischen Null und 200 wechseln könnte nicht immer hier alles drücken muss wenn ich wieder bei dem bin wo ich will ja ich mach jetzt auch mal kurz auf Null für D echt für D auf jeden Fall ja das sind einige weil die greifen das jetzt auch wieder an oder ist einer ja rechts runter der hat zerfällt ja ich spring mal runter ich mach mal plus action ich brauch action ja jetzt hat keiner auf dem Dach das ist ja scheiße wenigstens ein paar Assists hier bekommen fast tot aber Assists ich glaube unser Team hat das auch ganz gut mit Kontrolle momentan ey das ist voll krass wie schlecht das andere Team ist eigentlich wir spotten halt alles auf hab ich so das Gefühl ja das ist gut möglich nehmen die jetzt die ein oder nehmen sie wir die nehmen die ein und da ist gerade einer aufs Dach boah ich treffe ihn nicht und ich war getroffen rechts von uns hinten ein Sniper oben auf nein ich war gerade auf dem Kopf drauf du Arschloch da oben dann lass mich doch dir noch killen bevor du mich killst ach komm schon man das darf doch nicht wahr sein ich spawn mal hier an der gehe ich den Aufzug hoch und dann gehe ich da gerade wieder hin ich kann gar nicht Sniper ich hab 2 kills fuck ich lauf halt direkt die Gegner in die Arme man äh Fahrstuhl sind wir ich hatte Ray ja noch nicht schießen oh scheiße das wissen sie wo wir sind rechts tja jetzt muss ich halt jetzt muss ich halt doch gehen da ist nochmal einer aber mal ja meine Sniper Skills fuck 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 steh auf dem Dach immer noch da oben weiß ich nicht ok das fällt jetzt so ein bisschen musst du hin mit Toren geht ja nicht noch mal was ach man scheiße oh oh bin ich schlecht ey ja ich will heute nur den scheiß Aufzug hochfahren und woher jetzt sind sie auf dem Dach ach ihr Spacken hier echt ich bin tot ja stimmt ach man was gerade eben war keiner auf dem Dach und jetzt wenn ich mal unten bin sind sie wieder alle da das ist doch kacke ey man so ich fahr jetzt hoch dann hole ich mir hole mal die Wichser runter so einfach sieht das aus siehst sehr chinesisch aus Sascha oh da ist die Sniper boah der kriegt mich direkt ey Hilfe bei Kill 94 zwei Leute sind da oben drauf lol ja ich bleib mal in Sicherheit ja dass ich spawnen kann sonst wird's eng die ziehen ja auf dem Fahrstuhl also einer liegt rechts und einer ist weiter links gewesen auf jeden Fall Alter wie soll man die jemals treffen keine Chance die sind so gut kann da nichts machen du siehst nur den Kopf ich hab ne andere Idee fuck so ich weiß nicht auf Ding will ich nicht stellen auf 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 200 das ist glaube ich zu nah ja ich glaube es ist zu viel kann ich sie überhaupt hitten hab ich mich getroffen ich warte zuerst mal kurz ach ich hitte dich gar nicht oh man wer kommt der kommt von uns aber die kommen hoch ja weißt du natürlich läuft der gleich zu mir als erstes Stoff und Wichser ich schieß gegen unsichtbare Mauern ich bin tot ja toll ich schieß gegen unsichtbare Mauern hier gibt's hier irgendwo ein Heli das wir hier wieder hochfliegen können ne wahrscheinlich nicht ja ich bin da noch ok weiß aber nicht wie lange noch ich muss erspielen komm oh C4 bam ach spasstech echt Mann her ach wie scheiße spielen denn die Leute grad meine Herren ich hab mal Ingenieur genommen dann durch Raketen und so oh fuck die sind immer noch auf dem Dach natürlich sind sie noch auf dem Dach die kriegen wir da oben dazu weg ziehen aber nicht hey das ist ja auch gar nicht das ist ja auch nicht gut ach du komm echt schon wieder ich hab C4 gelegt also wenn er kommt dann Alter eine Munitionsladung oh fuck ich hab mich selber glauben die Luft gesprungen ja scheiße sind die auf dem Dach jetzt da drüben weg das war dämlich ich seh die nicht mehr auf jeden Fall ich auch nicht oh ne jetzt regenerieren sie sich wahrscheinlich ja ich geh wieder das eine Ding jetzt ich spawn schnell bei dir und dann geh ich wieder eins tiefer ja hab ich auch vor jetzt ist ja da keiner auf dem Dach sieh das ist so typisch ich geh da trotzdem rum ich geh ich geh trotzdem da jetzt runter besser ist ja ja ich auch na was ich hab ein Ballchen gefüllt boah fuck so jetzt guck mal wieder bei da rechts müsste was sein zieh ich grade was aufgedeckt ich wollt die Messer an ja unter uns schön messern lass mich messern fuck ich schieß daneben natürlich wir messern ich lau ihm den Kill schnell nein frags mich tot das ist kein Keklaun aber ich treff ihn auch nicht das gibt's ja nicht jetzt ah das legt's doch grad das ist doch scheiße Alter wie von der Tarant gestochen ja komm ich krieg ihn nicht scheiß drauf alter Mann Sniper macht aggressiv das ist doch scheiße ich das nervt mich auch grad oben ist ein Ding der Rekopter ich seh's mir mal an da einer fliegt grad runter und von hinten werd ich grad abgeballert ich hab ihn aber da ist nochmal einer irgendwo gewesen ja der ist ganz nach unten geflogen okay die sind jetzt glaub ich unten das ist ein Panzer Alter jetzt ist hier ja voll der Krisenherden eigentlich ich seh's mal in dem Panzer kurz an ja ja ich versuche genau anzuvisieren dann schieß ich auf ihn oh da ist einer rausgeranscht fuck hab ihn anvisiert boah ich bin runtergefallen ja ja ich hab ihn anvisiert immer noch Moment gleich nicht mehr oh 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 okay jetzt nicht mehr ah alter ich wechsle die ganze Zeit die Waffe hm oh komisch ziel grad gar keinen mehr mich schon aber der rennt jetzt natürlich genau dann wenn ich wieder auf ihn ziel als würden sie's merken boah Sascha zielt auf mich dann gehen wir mal in Deckung da kommt's doch grad vor echt gibt's doch nicht oh ja die haben extra so ne blinkleuchte die dann angeht dann wissen sie bescheid so ein Warnlicht der wird wird nee wird von uns der sind aber einige Leute ja von wenn die das bohren können oh Gott wie kann man denn das mit Arabisch schießen ja ich kann den auch nicht treffen ja doch ich hab ihn gehitet aber ich hab ihn ah jetzt ist er wieder unterm Dach Mann so jetzt geh ich mit Mord will auch ein Kimmer das gibt's nicht oh hit nur oh von hinten ich wurde irgendwie von hinten ah äh äh das Gebäude hinter uns Sniper und einer landet grad bei uns aufm Dach einer grad bei uns aufm Dach gelandet der ist ah schießen ab der schießt auf mich schon da immer noch ja ja und ich bin wieder der wo drauf geht was hält denn da alles aus äh ach komm schon echt Mann Sniper letztes Mal Snipern hier kein Bock mehr ich glaub er war tot jetzt oder ja ja ist jetzt tot der aufm Gebäude gegenüber sieht man nicht mehr warum hast warum hat er eigentlich nicht auf dich gestanden oder hat er dich nicht gesehen oder hat er dich nicht gesehen aufm Dach und bei uns sind einige wen ich das richtig deut also echt bei mir klappt's jetzt Action Sniper zwei Kills ah bei mir nicht ja bei mir nicht ja ich krieg's ja auch wohl er hat mehr Kills als ich ich krieg's ja gar nicht ich weiß gar nicht was ich habe schon miserabel ja das sind alle scheiße 5 das ist doch alles zum kotzen voll ist ganz gut bei mir aber jetzt läuft's grad gar nicht mehr jetzt habe ich den Überblick verloren na vor allem komm ich soll immer mit dem Drecks Fallschirm runter springen und dann machst du nichts dagegen mit einer Pischung die sind oben beim Haus wo man mit äh Arschstunde hat ja ja da können wir jetzt leider nicht hoch ich habe meine Spider-Man Skills leider vergessen sonst würde ich schnell hochklettern da sehe ich dann nichts mehr ne ich auch nicht ich probier mal nach hochzukommen vielleicht schaff ich ja vielleicht wohl nicht glaub ich spring runter und naja aber keine Ahnung ich hab jetzt auch keine Lust mehr das ist doch so langweilig warte mal oh fuck ich bin tot jetzt bist du unten und dann kommen sie alle oh die sind bestimmt eh alle da oben und dann hab ich es eh vergessen ah ja die haben gleich verloren jetzt auch mal ein bisschen auf Tour das hat ja keinen Wert das ist ja so langweilig ja wenn die da oben immer rumhauen aber ich sehe gerade einen Fallschirm runter einer ist gerade mit Richtung D D wird wieder eingenommen ja jetzt siehst du jetzt sind sie mit auf dem Dach das ist doch scheiße he der ist schon runter gesprungen der eine ist schon runter gesprungen ja ja ich weiß das ja probier jetzt mal euch zu helfen der steht so unten drin scheiße fuck da kann ich nichts machen alter auf dem Dach sind sie auch schon leichten zum Glück ziehen sie nicht zu mir runter ich wäre so ein leichtes Fressen für die ich sehe sie nicht ich spring glaube runter ich weiß nicht wo der ist ich werde wahrscheinlich jetzt eh drauf ähm von dir rechts in dem Ding drin glaub ich war er zuerst oh ist der eigener ja oh lol aber ich glaube D haben wir schon wieder ja irgendwie ist hier keiner mehr ich weiß nicht wo der hin ist oder er ist schon da und Fahrstuhl sind die hoch oder ne ich habe gerade ein Fahrstuhl gehört aber das ist ein eigener hier oben ja so keine Ahnung wo oh fuck oh Gott wenn du halt echt nicht hin hast sind die immer noch da oben ne das sieht auch clean aus gell krass wie hoch wir schon wieder gewinnen sag mal was machen denn die Gegner nein boah fuck gerade noch überlebte da war ein Glas weggeschossen und ich bin halt voll runtergeknallt ne ich habe extra geguckt aber das eine hat irgendwie nach Glas ausgesehen oder das kann ich nicht ich hatte vorher eine runtergeschossen ich habe es nicht gerafft dass ich ein Fallschirm öffnen soll Alter ja ich habe gerade noch aufgeregt aber trotzdem boah fuck Helikopter da mal markieren ich krieg ja das Biest ohne zu machen ja das Team das Gegnerische das ist ja wirklich miserabel oh Gott da fahre ich noch ein bisschen oh oh enemy kill oh man hier wollte ich auch gerade zielen da ist nochmal einer wow wow ich bin von irgendwo angeschossen das hieß aber nicht keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung Gott bin ich schlecht in der Scheiße ah ich bin gehittet fuck ah ich kriege ihn nicht mal gehittet ich bin er ist tot du miserabel bei deiner zum Augewing gesehen ja vor Ort kam ein BMP-Charakter ja ich hab zu 4 Augewohnen geworfen ah sehr verweist schade jo machen jetzt so die überzeugende Runde wie ich finde ja ist ok also bei mir ist ein guter Start schlechtes Ende möchte ich sagen ja eben naja bei mir ist es nicht grad besser naja bei mir ging auch nicht wirklich viel ich weiß es ist nicht so meine Sniper anscheinend vielleicht gibt es ja mal die M40 A5 jetzt zum nächsten dann kann man das ja nochmal gern probieren was hab ich denn oder eine andere Map vielleicht Wahnsinn ja genau ja schon 9.5 passt schon jo ja das war's glaub ich dann farmschieden wir uns ne jo jo ciao tschü 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 Vielen Dank.